mach das so zack, zack, zack zack okay ich darf ja nicht zu weit gehen denn hier ist Wasser nein der Baum stört ich muss dich leider fällen Baum ich würde dich aber wieder wiederbeleben und wieso will das nichts nicht wachsen manchmal folgt das zack so und ne Lampe erhöhen oder auch Wackel genannt so so mach ich einfach so wir haben ja noch genügend Zäune solche Cobblestone Zäune da mach ich ja komm es wird schon passen die Größe für die Kühe schon gut so jetzt hat hier eine hoch und okay jetzt muss ich nur noch die Kühe herlocken vielleicht sollte ich hier danke vielleicht sollte ich noch einen größeren Eingang bauen für die Kühe die sind ja wirklich fett und ich werde das mal zu bauen denn das nervt irgendwie hoch so so das wieso kann wieso seit wann wächst Gras unter Wasser so zum Glück haben wir noch Erde mitgenommen so zack 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 Huch Ach toll hier mach alles zu Uuh Nein ja das muss weg das mache ich auch zu und das das muss ich zu machen so 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 okay so jetzt hätte ich die kühe herlocken da ist eine kuh toll die ist die zweite kuh denke mal zwei kühe erreichen denn wir brauchen ja nicht viele kühe denn die können sich hier lieber machen so kommt ich will dir was zeigen kann man mit kann man mit hier frisst das in der zwischenzeit in der zwischenzeit hol ich dir eine andere so oder das sind ja viele kühe okay komm mit ich will dir was zeigen ja noch mal schneller darf doch nicht so lang wie hier eine 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 schnecke wie 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 hallo könnte okay wir haben hier kein zettel bei okay komm komm mit hey kuh komm mit okay jetzt zeige ich euch was besonderes ihr müsst die augen zu machen okay ihr habt die augen zu kommt kommt mit ich darf ganz langsam so dass ihr auch wir folgen können sauber ich darf ganz langsam so dass ihr mir auch folgen könnt so hier kommt mit ja die kühe können die die kühe können blind mir folgen die haben ja die augen geschlossen so kommt da rein und ob reinkommen nein und seit wann können die kühner da toll da muss ich mal folgendes ja macht das so jetzt kannst du schön reinkommen ohne probleme problem zu haben jetzt komme ich nicht mehr raus mein gut du darfst das nicht machen was du jetzt gerade macht ich baue dir doch gerade etwas so tolles so ne jetzt kann man mit ich muss dir was zeigen kann man gleich hier rein ja du hast es geschafft ähm ach so die 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 das will ich auch wieder rein du musst doch über die erde du kommst auch hier rein aber das schaffst du nicht oder komm du musst hier na egal egal wenn du nicht rein gehen willst dann musst du auch nicht rein ich will dich ja nicht zwingen ach so genau genau das hab ich fast vergessen zack wieso hast du denn so einen großen kopf naja ja ja du kannst gerne rein gehen wenn du willst ne ja ich mach ja die tür auf ähm du kannst ja oh wieso wollt ihr denn ständig wieder raus ja dann gibt es nur noch das hier was mir helfen wird ähm das hier was mir helfen wird so alle Hühner jetzt wird die alle wieder eingesperrt komm mal mit ich bring dich wieder in den Käfig komm mit wirst du jetzt mit kommen wird nicht nein da gehe ich jetzt wieder zurück hm ja okay ja okay ich glaube das nun braucht Hilfe so jetzt wirst du jetzt bekommen ja da ja ja da ja ja da ja ja okay komm mit ich glaube du brauchst noch mal Hilfe komm mit wirst du jetzt mit kommen ja da ja okay jetzt wird ja gesagt habe ich ganz genau gehört so ich laufe ganz langsam dass du mir folgen kannst folgst du mir Tür auf jetzt komm schnell rein bevor die hier abholen und so so was also passt okay ok genau wir haben ja ja das Wetter fehlt wieder anpflanzen also hier ist noch mehr danke ähm also was das denn ist das jetzt ein nur man sieht wieso pflanze ich denn die hier hin es gibt doch gar keinen Sinn so jetzt muss ich wieder diesen Pumpkin anpflanzen weil irgend so ein idiot mir das kaputt gemacht hat so jetzt habe ich wieder drei Pumpkins sie die ich nicht brauchen kann deshalb gebe ich das den Hühnern die das gerne 1 2 ich habe jetzt unten leider nur 1 wer das möchte der ich bleib mal fair und niemand bekommt das so da wir ja den Hühnern bekommen haben Diamanten baue ich mir jetzt eine Spitzacke also so ein bisschen reinpacken was das sind Pumpkin zieht also genau ähm passt pack ich das hier rein brauche ich nicht brauche ich nicht ähm äh da brauche ich nicht ok ok passt jetzt bräuchte ich Holz das passt auch bräuchte ein paar Sticks das passt jetzt mache ich mir eine eine Spitzacke zack und ein schwert zack so so die Spitzacke beginnt in eine Höhle und gehen wir jetzt Lava sammeln vielleicht halt nein doch haben wir hier irgendwo Lava nein doch nein doch nein doch doch nein ok dann muss ich wohl hier zurück in die Höhle denn wir haben hier noch diese Eisenrüstung und sollte man was essen sollte ich ganz nach unten gehen wo auch die ähm spinn sind und sollte ich hier hin rechts war hier ja auch Lava ich weiß es nicht mehr ich glaub nicht denn hier waren wir noch gar nie waren wir noch nie wie so sehr dunkel da unten vielleicht hab ich das Wasser doch nicht entfernt sollen so hab ich sehe hier kein Lava nur Eisen und Pilze 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 aber hier gefällt oh fuck ey aber ich lass mich erschrocken achso von da oben kommen sie hier gefällt es mir ist viel besser als dort in der Höhle wo die Spinnen waren die sind einfach schrecklich diese Spinnen so hier ist eine Menge Eisen wie man hier sehen kann zack ok und die Pilze zusammen ich gleich auf und zuerst mach ich die Eisenerze weg denn die